Jo Leute, und... Ich bin aber nicht schwul, nur mein PC! Ja, und das war das Intro von Ninox. Genau, das ist mein Intro! Mach das mal wirklich als Intro. Genau, das muss man zusammenschneiden dann. Ich bin nicht schwul! Ne, man muss... Kennst du das noch? Ich bin da, Werner! Ja, ja, natürlich, die Dinosaurier da. Ich mag Dinosaurier. Der kleine, das kleine Baby. Ja, das war immer voll lästig. Naja, alte Zeiten. Wir sind schon zu alt. Naja, du, Janat. Naja, ich bin nur genauso alt wie du. Ja, momentan. Nein! Manche Leute glauben dir bestimmt nicht, dass du 14 bist. So wie ich. Nein! Bin mir auch fast sicher. Dick! Na ja, egal. So, es geht weiter bei LavaChamp 13. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir letztes Mal nach dem Absturz hier aufgenommen haben, aber... Was? Naja. Wollen wir mal gucken, wie viel wir jetzt zusammenbekommen und... Und wir nehmen gerade am helligsten Tag auf, draußen scheint gerade die Sonne, okay, nicht mehr, jetzt ist nur noch eine Regenfront da. Bei uns schon. Naja, und... Naja, und... Nehmen wir halt mal auf, wir haben ja eh keine Hobbys, wie es dir... Richtig. Ne, wir nehmen auf, damit wir auch mal jeden Tag eine bringen können, ne? Und irgendwann auch mal fertig werden mit den... Richtig. Das ist das meiste Wichtigste. Mit den einem Projekt. So, wie fing das Ganze an? So, toll. Ich habe Ihnen eine PN geschrieben und darin stand eine kleine Adventure-Map. Ja, genau. Und jetzt kennen wir uns ja schon... Ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass es jetzt größer ist, aber... Wäre jetzt, keine Ahnung, gay gewesen... Nein, ich... Äh, jetzt fange ich schon wieder an. Wenn er jetzt gay gewesen wäre... Also gay. Oder blöd. Sozusagen. Und ich müsste mit denen da... Ne Adventure-Map spielen. Naja, mit ihm nicht, sondern mit irgend so... Ah! Das war ich nicht! Ach, so eine Schattengest... Junge! Das ist dein Schatten, der schlägt dich! Aua! Hallo! Junge! Schütt mich ganz von der Leiterung nur! Nein! Ha, Doppelschlag! Nein! Au! Au! Jetzt fangen wir schon an wie bei... Peef, Smitty! Aua! Au! Du kommst hier nicht weiter! Ich will das schaffen! Huch! Huch! Also die Zaun-Springe sind jetzt nicht so schwer. Versteht man mich eigentlich? Oh, du bist viel zu laut wahrscheinlich. Es wäre doch mal geil, wenn man mich nicht hören könnte in der Aufnahme. Natürlich warst du viel zu laut, sorry. Geil! Ach ja! Ach ja! Ach so, dann versteht man mich einfach mal am Anfang gar nicht. Er hat gesagt, er ist Gai. Gei! Was? Nichts! Ja, Gei! G-E-I! So heißt er. Kennst du nicht den... Äh, wie... Ne, wie hieß der eine Typ? Wer? Der Master of Lee? Was? Kennst du noch... NAKUKKO? Was? Kennst du RTL? Nicht den RTLs... Ich bin verraten TV. LTR, genau. Ne, RTL 2, glaube ich, war es das immer. Oder? RTL 2. Da, wo die ganzen Animes immer gelaufen sind. Ja, ja, natürlich. Oh, geil! Das hab ich immer als kleiner Junge angeguckt, da ging's dann immer so... Hoi, Brüste, hoi, nein! Ein kleiner Junge vor zwei Monaten. Ne, da war ich... Keine Ahnung. 13. 9. 13, ne. Ich bin ja jetzt schon... Oh, ich bin jetzt schon... Rat mal, wie alt ich bin, ne. Ähm, 17. Ich guck grad aufs Fenster. Nein, da stehst du gerade nicht. Leider. Wo weißt du das nicht? Wo bist du eigentlich? Ich bin hier gerade voll am Abspringen. Ich will endlich dieses Level schaffen, weil das ist so... Glückend, dieses Level. Dass ich gleich einen Freudensprung in your face machen will. In die Lava. Ja. Und... Nein! Das schafft keiner von uns. Alter. Wenn einer das schafft, ohne zu sterben, in ein paar Minuten, dann sag ich Respekt. Die ganze Map, aber stell's mal vor. Ja, in ein paar Minuten. Genau, und ohne zu sterben noch. So ein Game Mode durchspieler. Ich bin nicht gestorben. Und ich bin... Äh, ich hab's auch in ein paar Minuten geschafft. Und dann sagst du, du bist dabei mit die ganze Map geflogen. Fehlt nicht. Diamanten! Hast du eigentlich Uhr gestellt? Naja, aber ich seh's bei Oda City. Ja, bei Oda City. Wart mal, ich muss mich noch in Skype... ...abwesend machen oder beschäftigt, damit ich nicht angeschrieben werd. Von manchen anderen Leuten, die ihre Ruhe haben wollen. Aua, aua, ich... Wofür brennst du gerade? Ich hör dich. Ja, ich hab die vorhin auch gehört. Ah ja, guck mal, hallo. Hallo. Nein, bitte. Ich hab den mal auf Peaceful gestellt. Was? Warum stellst du den ganzen Tag auf Easy? Oder? Kannst du mir was sagen? Oder ist Peaceful? Doch, du hast auf Peaceful. Ja, ich glaub, ich hab auf Peaceful. Oh, ich spiel jetzt Minecraft, ey. Er hat gesagt, er wird nie wieder Minecraft spielen. Was? Elpid hat gesagt, er wird nie wieder Minecraft aufnehmen. Wer hat es gesagt? Du! Was? Obwohl du gerade Minecraft spielst. Richtig. Und aufnimmst dabei. Also Leute, verabschiedet euch schon mal von Minecraft Let's Play. Aha, das soll ich so nie mal angucken. Nein, das war alles ne Scheiß. Er wollte mich nur nicht als Gast haben. Sonst hätte ich ein Feuerzeug gecraftet und... Richtig. Dann wäre die Season zu Ende gewesen. Au! Hast du es geschafft? Nein, aber ich bin schon wieder in Lava reingekommen. Bei mir ist wieder dieser Bug. Immer wenn ich auf diesen Stein gehe, dann... Du weißt ja, wenn man auf dem Bedrock ist, dann sieht man nicht mehr. Aber immer wenn ich auf diesen Stein bin... Ja, das ist bei mir auch so. ... sieht man wieder alles. Voll geil. So, der Sprung wird hart. Ich glaube, ich würde dir jetzt am liebsten eigentlich einen Safe-State setzen. Ja, machen wir halt irgendwo einen Safe-State, weil es wäre dann zu lang und... Ja, richtig. Failen wollen die Leute ja auch nicht sehen, hat man ja gesehen. Aber ich habe es geschafft. Und uns wollen sie schon gar nicht sehen. Du hast es gar nicht geschafft. Doch, habe ich. Ich sehe dich doch. Nein! Wie geil. Ich will es soffen. Ja! Hey, jetzt wollte ich gerade einen Gerber. War ich wohl schneller. Okay. Okay, dann gehe ich halt weiter vor. Was? Ja, wieder zum Anfang halt. Nee, aber der Sprung sah gerade sehr verdächtig aus. Hopp! So. Okay. Hier hoch. Und so. Okay. Und da rüber. Oh! Nein! Safe-State, Safe-State, Safe-State. Ich will das nicht nochmal machen. Wie alt bist du? Ich bin schon fast beim Ende. Verschlau- Oh, scheiße! Was ist das? Was? Hä, da hat die Dispenser mit Fallen wieder drin. Was bist du schon da? Und das nebeneinander! What the? Hä, bist du schon da? Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Wo bist du? Nirgendswo! Ah, da haben wir her? Ah! 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 Eu! Ah! Ah! die zuschauer ganze dasselbe zu sehen und ja auch mal was machst du sterben ja leute sonst wäre es langweilig ne und wir haben keine schnurrende katze dabei darum ich mag halt wenn es warm um mich ist wenn mein herz kocht meine seele blüht in heißer sonne und wie findest du dein neues schönes intro wie findest du dein intro muss ich intro for everyone noch viel viel mehr mehr geben ich stehe so auf dubstep und so in intros sollte er sowas dubsteppiges sein und beim intro sollte auch also mal der ausdruck des jeweiligen ja empfängers sein zb ich bin ja hier ein bisschen der lustig mache weißt du und du bist der langweiler also der bei dir das intro alles schwarz werden und bei mir dann das wäre doch mal jetzt der hammer nein unfair unfair das habe ich nicht gesehen ist doch jetzt auch egal wir haben ein safestate und da kannst du dann ganze zeit laden und wenn du dann stirbst gegen das eine viech im bauch des anderen viech kannst du dann wieder her schieb ich mag animationen in einem intro aua mann war das geil ich habe mich so schnell gedreht ja wie meine jetzt wie dein neues intro wo ja hochklader hat und ich bin ganz geil das hat keine richtige musik aber trotzdem deshalb schwer ne musik für so ein intro zu finden wenn man spezifisch auf stepper musik steht dann das ist ja wohl nicht ein ernst doch komm das lösch jetzt mal hier was denn das boxe die ganze zeit okay dann mach halt pvp aus werde ich auch bald machen oh leute kein spaß mehr lp wird zu piet richtig das l steht für lustig ja lustig in deiner stimme ich bin hier gerade ich heiße junge ich sehe gerade dein arsch ich hab gerade f5 zweimal f5 ach ja wollen wir mal weitermachen oha er hat geschafft ist doch ganz easy das ist ganz easy easy es ist eigentlich von der in aldi gamer gesperrt sein warum brenn ich immer und du nicht weil ich zu toll bin nein ich bin zu heiß leck meinen heißen boxershort das muss man machen du kannst ja noch mal so eine ebene machen und immer wenn man so hinkriecht ist so ein schlitz da ich habe keine ahnung von skins darum nein der ist mir gefolgt und weiße wo es da rangeht die hätte jetzt gedacht du gehst jetzt in anderen weg wäre doch mal hammer guck da habe ich den erdblock hingesetzt hier und zu cheaten halt hier habe ich den erdblock bist du wunder gefallen nein nein wo hast du da ist der erdblock hingesetzt da der erdblock ist jetzt da vorne da wo ein safe point gesetzt werden wir nehmen schon 17 minuten auf aber ja bei 17 minuten telefonieren wir schon zwinker zwinker wir haben über andere sachen geredet das wird jetzt wo bist du da sind jetzt wo bist du da ist stup娃 bei der jleitet das wird jetzt meis dass mit den dispenser das habe ich zwar noch überlebt aber hier bin ich dann verbrannt hä wie packt man das mitte dispenser Nein! Hä? Einfach schnell rüberspringen. Boah, dödödöd. Nein! Und dann verbrennt man da. Da bin ich letztens dann verbrannt. Oh. Fail. Hoch, fünf. Hammer, dass wir jetzt... Oh, brennende Pfeile. Hammer, dass wir jetzt einen Tag danach nochmal aufnehmen. Ja, total Hammer. Das gestern war einmalig. Nein, Schatz. Und das habe ich noch nicht mal hochgeladen. Ich habe auch noch nichts hochgeladen. Ja, aber du kommst doch alles, was hast du. Irgendwie habe ich das hochgeladen und ich hätte gedacht, ja, weil ich ja jetzt dieses eine Dingenskirchen gemacht habe, speichere das jetzt und... Ich glaube, mir unterbreche ich jetzt mal die Aufnahme. Was? Mir unterbreche ich jetzt mal die Aufnahme. Ich bin jetzt bei 15 Minuten. Also, ciao. Ciao. Ciao.